hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt kurzes ankündigungsvideo hier heute war ja geplant ein vr horror live gameplay zu zeigen aber es ist kein vr horror game der entwickler hatte mich angeschrieben und ich bin eigentlich davon ausgegangen dass ein vr horror game ist aber es war ein flat titel exp war trauma und ja ich schaue es mir trotzdem sehr sehr gerne an heute abend live auf twitch um 20 uhr und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr dabei seid es soll eine relativ kurze erfahrung sein 30 bis 40 minuten glaube ich und ja ich habe den playtest bekommen es gibt auch eine demo dazu ich weiß nicht wo sich die sagt beiden jetzt unterscheiden ich habe den entwickler angeschrieben noch keine antwort erhalten aber ja ich bin gespannt es sieht sehr interessant aus von den bildern her und ja ich lasse mich da nicht großartig spoilern es gibt zwar schon ein paar gameplay videos aber da will ich mich echt nicht spoilern lassen weil sonst ist der ganze spaß weg und ja ich würde mich natürlich freuen wenn ihr dabei seid heute 20 uhr auf twitch unten in der beschreibung ist der kanal dazu und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr meinen kanal dann auch dort folgen würdet würde mich natürlich auch dort weiterbringen also ja dankeschön für eure unterstützung und hoffe wir sehen uns gleich bis dann ciao